Wir hören zugehend, du hast in der Jahreszeit vertan. Überhaupt nicht, wir haben heute unsere verrückt verkehrten Rathausabende. Kommt mit! Aufgrund der Pandemie sind die Faschingssitzungen im Februar ausgeblieben. Daher haben sich die St. Walter Nahrin entschieden, dieses Jahr nicht zu verstreichen lassen. Die Idee zu den verrückt verkehrten Rathausabenden wurde umgesetzt. Und natürlich hier im wunderschönen St. Walter Nahrin! Herzog, darf ich jetzt für euch sein? Mit ganz viel Heiterkeit, macht man uns eine schöne Zeit? Naja, ich sag, man ist nervös, weil ich sag, ich mag es nicht das erste Mal. Aber an und für sich dann, wenn die Leute voran sein, kann man natürlich auf Erfahrung zugreifen. Urologen, hab ich gesagt, sind Sie in Nahrischwuren? A Uro, der Doktor für die Uren! Seh, mit meinem Löffel ist alles gut unterm Hut. Ich sag allweil, gut sehen tue ich schlecht, aber schlecht hören tue ich gut. Es ist eine besonders große Freude, mit dabei zu sein, vor allem jetzt, wo es dieses erste Sommerkavaret gibt. Und da darf ich mich bei der Faschungsgilde einfach bedanken, dass sie nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat und gesagt hat, es gibt heuer kein Fasching, pandemiebedingt, sondern sie haben gesagt, nein, wir machen ein Fasching und wir sehen uns im Sommer. Und das ist wirklich ausgezeichnet gut gelungen mit tollen Pointen. Und das ist immer wieder eine Freude, mit dabei zu sein und das zu genießen. Hey Mann, was ist denn da los, he? Jetzt bringen die Ofen keinen Fasching zusammen. Und jetzt kann ich als Klischmente da wieder ein Rathausamt gestalten. So ein Schuss! Herzlichen guten Abend, liebe Damen und Herren! Rathausamt, ja ein richtig Rathausamt. Genau. Ja und was gehört da dazu? Geschichtlern, Gedichtlern, Stanzlern, Gesungen und Gesaufen. Gesaufen wird heute da nix. Gut, beim Rathausabend sind nur 4G erlaubt, nicht 5G. Ich sage, es ist jede Veranstaltung, die wichtig, die jetzt stattfindet. Man sieht das, es ist ausverkauft, die Leute haben erfreut, dass sie wieder lachen können, dass sie ein bisschen ungezwungen da sein können. Also wir freuen uns schon sehr. Ich habe das letzte Mal in der Zeitung gelesen, die vier häufigsten Fake News und Verschwörungstheorien auf Facebook. Nummer 4, die Mondlandung war nicht echt. Nummer 3, Elvis lebt. Nummer 2, die Erde ist eine Scheibe. Nummer 1, in St. Veit ist die Hölle los. Ich muss schon sagen, ja, also in den letzten Jahren war mir dieses Gefühl, nervös zu sein, ist mir ein bisschen abgegangen, ja, auf der Bühne. Weil es war drei Jahre nix und heute, muss ich ehrlich sein, muss ich sagen, bin ich ziemlich nervös gewesen. Nummer 3, die Erde ist ein bisschen abgegangen, ja, auf der Bühne. Ich möchte wie, grün, 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 grün. Nein, das machen wir nochmal neu. Aus, aus. Wieso spielst du ja nicht so, wie ich singe? Und das war trotzdem einfach so ein Gefühl, wo ich sage, das möchte ich immer wieder erleben. Und das war heute ein großartiges Publikum, deswegen ist das einfach eine Weltkassengeschichte. Und ich bin froh, dass wir wieder alle da sein und auftreten können. Wir treffen uns montags um Viertel nach drei, oh, 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 yeah. Im Stammtisch in der Hörter Brauerei, oh, oh, yeah. Und blassen zum Sturm auf das Männerbuffet. Zehn große Bier dazu, ein Stammballet. Ein Braumaster Schnitzel und Beilock brauch ich keine. Und am Schuss eine Dame, die lasst da fuhren von der Fahne. Bist du mit den Duppen auf Bier-Exkursion, oh, 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 yeah. Buch ihr'n Termin im Massagesalon, oh, 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 yeah. Da los ich mich kneten, da fallen da die Worte. Da nachhupft der Nocker da aus einer Torte. Und wir tanzen gemeinsam um seine Banane. Ja, der Bus gibt's da keine. Das Schönste ist, mit dem Huber Michi gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Ich schätze ihn sehr und das macht einfach Spaß. Und auch die Leute, die heute da sind, so wie es früher war, in den 2002er-Jahren seinerzeit. Er ist natürlich ein Bühnensauer, wenn ich das so sagen darf. Aber dass er natürlich in dieser, unserer Runde so funktioniert, das hat natürlich keiner ahnen können. Und er ist wirklich, er ist nicht nur unser Herzog, er ist wirklich, er hat sich so super in die Runde eingefügt. Und da muss ich echt sagen, danke, Andy, das war wirklich eine wunderschöne Geschichte, dass du mit dabei warst. Und die nächsten vier Jahre oder drei Jahre, ich weiß nicht, das ist ja bei uns nicht so genau. Bürgermeister Martin Kulmer überreichte der Faschingsbilde St. Veit für ihre langjährigen Verdienste um die Bürger der Stadt St. Veit das. St. Veit das Stadtwappen, dürfen wir euch heute überreichen. Schatz, ich hab grad geschaut im Keller, ich glaube, es ist sicher kein Fehler. Bring noch mit der Mortadella, weil sonst fehlt da was an Della. So nachspeiß ich ja keine Nutella, von mir kriegst du nur Salmonella. Und bitte tu ein bisschen schneller. Also der heutige Tag macht mich sehr glücklich, dass endlich wieder Fasching in St. Veit stattfinden kann. Zwei Jahre Abstinenz für mich als Gerngeher zu allen Faschingssitzungen, meistens mehrfach. Es war wirklich eine schlimme Zeit und so mehr freut es mich, dass heute die Sitzung wirklich genial ist. Die Salami ist hart, meine Titlern sind zart. Aber da ist alles wach. Ja, das Leben ist zart. Prost. Wetter, Ducker, auch was trinken. Wetter, auch was trinken, ja, meist. Ja, Ducker, wetter, auch was trinken. Wo kommen Sie denn her, meine Herren? Ja, wo sind wir gekommen? Daheim vom Bauernhof. Tja, ja, wie sagte schon der heilige Matthäus, der kleinste Bauernhof der Welt ist ein Polizeiauto. Vorne zwei Bullen und hinten eine arme Sau. Die nächsten Sitzungen sollen wieder im Februar 2023 stattfinden. Und dann schauen wir, dass wir bis Februar die gildenden Männer vor allem ein bisschen mehr zum Tanzen noch bringen bis dorthin, aber ein bisschen länger Zeit.